Wo ist der andere? Oh scheiß Vieh, ey. Wir müssen hier ganz langsam eigentlich sein, denn... Verlassene Einrichtung, gut. Diese ganzen Natternwölfe gehen wie so auf die... Ja, keine Ahnung. Nein! Oh, shit. So, erledigt. Kommen da noch welche? Nein. Gut, da sind wir. Okay, diese Pflanzen müssen wir sammeln, zu leuchten. Sammeln Sie zehn Zellproben, um eine Erholung zu gewinnen. Erholungen können Sie vollständig heilen, wenn Sie kurz vor dem Ende sind. Alles klar. Super. Äh. Achso, okay. Oh. Mann. Boah, warum bin ich denn so geflogen, ey? Gut, 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 gut. Also, okay. Okay, eins von fünf. Alles klar. Nee, oder? Kommen jetzt noch welche? Natternwölfe? Nee. Oder? Nee, okay, wir sind sicher. Was ist denn das? Ach ja. Okay. So, da haben wir noch eins. Zwei von fünf. Ähm, hier? Drei. Was ist das da? Gut. Ähm, ja, hier noch. Kelchprobe. Gut, Kelchprobe haben wir schon. Ähm. Vier. Gut, wir brauchen noch einen. Bloß, wo finde ich den? Ähm. Ja, gut, wir laufen hier einfach mal so entlang. Hier irgendwo müssen, muss ja einer sein. Halt so eine Pflanze, aber. Also, ich sehe keine. Ach, hier, 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 hier. Gut. So, Ziel erreicht. Okay, wir müssen jetzt zurück. Rider, kommen. Hören Sie. Schauen Sie bei Dr. Harper und seinem Avatar-Team vorbei. Ja, wir sind auf dem Weg. Nur, wenn diese, ähm, Natternwölfe nicht die ganze Zeit, ja, mich angreifen, wäre mir das natürlich lieber. Aber, ja, die tauchen einfach überall auf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Super, haben wir erledigt. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Aber ich vermute mal, ja, doch, wir sind schon richtig. Hello. Was geht denn hier ab? Nein. Gibt's doch keine mehr. Hä? Warum denn? Ich hab euch geholfen, Mensch. Na gut. Na gut. Wo denn? Ey, immer wenn ich. Ja, okay. Tut mir leid. Wow. Echt genial. Oh, was ist denn das da? Was ist denn das da? Das haben Sie gut gemacht, Ryder. Ich hatte meine Zweifel, aber anscheinend sind Sie doch ganz in Ordnung. Danke. Danke. Ich bin Tanjala. Ich habe dich erwartet. Äh, was war das denn jetzt? Ähm. Keine Ahnung. Tanjala hat uns erwartet. Da ist er da hinten. Den will ich eigentlich jetzt gar nicht anklicken. Denn ich möchte erstmal Escape und meine Fertigkeiten. Was ist denn eigentlich das hier? Pandorapädie. Was ist das? Inhalt freigeschaltet. Mhm. Ach so. Ach so. Ach so. Panzerung, Breuscher, Panzerung, Mist. Was? Äh, ich kann's nicht lesen. Maishetika oder so. Keine Ahnung. Gut, gut, gut. Dann nehmen wir mal das hier. Wow. Maishetika ist die neueste Panzerung. Ähm. Gut. Maishetika ist die neue Panzerung der RDA und bietet den Soldaten ein ausgezeichnetes Verhältnis von Schutz, Bewegungsfreiheit. Trotz ihrer Größe ist diese Panzerung leicht und flexibel. Flexibel, sodass die Einsatzkräfte ausgedehnte Einsätze im feindlichen pandoranischen Dschungel bestreiten können, ohne zu schwitzen oder zu ermüden. Okay, gut. Ja, das möchten wir. Ähm, ja, das möchten wir. Und Waffen. Wow. Flammenwerfer. M60. Nagelkanone. Granatwerfer. Ähm. Das sieht auch cool aus. Das will ich mal haben. Gut. Waffen und Panzerung. Ähm. Was ist das? Personalakten. Biografie, Audio, Tagebuch, Anleitung. Ja, das brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht anzuklicken. Gut. Dann eben zurück. Und Waffen. Ähm. Ähm. Ja. Okay. Zurück. Schließen. Habe ich jetzt die Waffe? Wow. Das sieht wirklich genial aus. Gut. Dann klicken wir mal, äh, Jalla an. Heute musst du helfen, die von Krankheit befallenen Tiere von den Herden zu entfernen. Das Himmelsvolk macht unsere Tiere krank. Wo hast du Deutsch gelernt? René Harper lehrt uns seit vielen Jahren eure Worte. Er ist ein guter Lehrer. Er sagt, dass du hilfst. Geh. Okay. Tanjalla möchte, dass sie die erkrankten Sturm-Biest töten. Alles klar. Werden wir auf jeden Fall machen. Gut. Dann los geht's. Äh. Ach, da. Wow. Wow. Ey, wir können uns ja unsichtbar machen. Okay. Einen haben wir. Alles klar. Aber, ähm, die Waffe macht, glaube ich, nicht so viel Schaden, oder? Ähm. Schaue ich mal ganz kurz nach. Aber da können wir die gar nicht... Hm. Gut. Waffen. Waffenfelder. Maschinengewehr. Ähm. Schaden. Okay. Wo sind denn meine anderen Waffen? Äh. Ähm. Ja. Hm. Hm. Keine Ahnung. Die sind verschwunden. Gut. Dann schaue ich mal ganz kurz nochmal hier. Ähm. 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 Ja, ich habe keine Ahnung, denn, ähm, ich kann nicht sehen, wie viel Schaden die machen. Granatwerfer brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Äh. Zurück. Nagelkanone. Nagelkanone. Flammenwerfer. Nehmen wir mal das an. Haben wir die jetzt? Keine Ahnung. Gut. Und weiter geht's. Da ist einer. Nein. Super. Ziel erreicht. Was war denn das? Gut. Ziel erfasst. Luftschlag unterwegs. Zurückweichen. Ende. Was sollte das denn jetzt, bitte? Sie gehen jetzt zu Falco. Okay, ich komme. Okay. Was sollte das denn, bitte, jetzt? Die haben da einfach, ähm, rumgeballert. Verschwindet doch mal, endlich. So. 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 Ich glaube, ich werde immer besser, ne? Ja. Das glaube ich. Was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Soll ich jetzt denen helfen, oder was ist los? Okay, gut. Soll ich sie jetzt vermelden? Hey. Hä? Warum kann ich denn die nicht treffen? So. So. Ähm, ja, äh, ich denke mal, es reicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ähm, ich überlege jetzt, ob ich weitermachen soll oder hier eine Aufnahmepause einlegen sollte. Ähm, ja, ich denke mal, ich mache mal eine Aufnahmepause und, ähm, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ähm, ja, ich wünsche euch noch was und tschüss. Tschüss.